Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Keine Waffen und Rüstungsgüter in Kriegsgebiete, dies ist vor der letzten Bundestagswahl auf euren grünen, blendenden Wahlplakaten. Und jetzt rettet ihr Menschenleben mit euren Waffenlieferungen? Was seid ihr doch verlogen? Wenn ihr in eurer unglaublichen Arroganz, in eurem pervertierten Bedürfnis nach moralischer Überlegenheit, in eurer grenzenlosen Dummheit, in eurer beschämenden USA-Unterwürfigkeit schon Krieg forcieren müsst, dann schickt zuerst eure Kinder oder Enkel an die Front. Sie sterben dann für eine gute Sache. Zitat, um uns zu verteidigen. Zitat Ende. Wen meinen Sie mit uns, Herr Hofreiter? Deutschland, Europa, den Westen? Wann hat Russland jemals einen Angriffskrieg gegen den Westen angezettelt? Wann haben die Russen jemals Deutschland angegriffen? Deutschland hat unter Hitler Russland angegriffen. Russland ist im Gegenzug als Mitglied der alliierten Mächte nach Deutschland vorgerückt, um den Krieg zu beenden. Russland hatte bei dieser von Deutschland ausgelösten Aggression 24 Millionen Tote, 9,75 Millionen Soldaten und 14,25 Millionen zivile Opfer zu beklagen. Andere Schätzungen gehen von noch höheren Zahlen aus. Auch in den letzten drei Jahrzehnten hat sich nicht Russland als großer Aggressor erwiesen, sondern die NATO bzw. die USA. Menschen wie sie vergessen schnell und ballen in von den USA gesteuerten Deutschland wieder mal ihre Fäuste. Die Russen haben uns immer die Hand gereicht und waren stets an einer Freundschaft mit Europa und insbesondere mit Deutschland interessiert. Eine geballte Forst wie der Iren kann man nicht die offene Hand reichen, Herr Hofreiter. Selbst nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Russen sich wieder mit uns versöhnt. Die Russen sind nach dem Mauerfall abgerückt, die Amis sind geblieben. Die Russen ist nachdemokratisch ausgeschlossen. Vielen Dank.